Da guckt uns zu. Oben! Das wir schon. Das. Ganz oben auf den Bügel. Hit. Hit. 244. Ich hab ihn. Hab ihn. Einen hab ich. Rechts, rechts, rechts. Ich hab auch einen. Musst ihn pushen, Leute. Ja, tot. Ja, ist tot. Ja. Hat jemand von euch 338? Nee, der hatte grad in seiner Tasche 338 da oben. Keiner 338 lieber. Ja. Ich versche ihn jetzt mal weiter. Hier war 338 drin. Ja, die hat ja irgendeiner mitgenommen. Nehm dir. Pass auf, da kommt der Typ. Nee. Nee. Mann. Hast du 338 oder nicht? Ja, hab ich. Danke. Okay. Okay, reicht das noch. War nur einer 556er? Ja, die kannst du jetzt haben. Aber ich hab einen Schleicher dran. Wo war er denn jetzt? Du hast doch gerade gesagt, der kommt oder nicht? Ja, der ist weggefahren. Eigentlich stehen wir hier ganz gut. Ja. Aber unten müssen wir mal gucken. Weil hier waren Schüsse. Ah, da ist er. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib doch stehen. Wo denn? Direkt vor uns auf 285 laufen den Hügel runter. Da. Der hat mich gesehen. Gut. Ab ein. Ja, schon. Hey, schmeiß mal irgendeine Scheiße da runter, wenn ihr noch was habt. Hab nichts. Außer die, außer die Mesh-Minen. Die nicht. Wieso? Nee, nee. Behalt dich mal vor Autos. Die Oper haben schon einen getötet. Okay, einer ist verlootet. Eben wo ist da hängen, glaube ich, einer auf dem Dach oder am ersten Obergeschoss. Ja, ja. Der hat da oben nicht geschossen. Ich hab nichts zum Schmeißen. Ja, ist alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ist alles gut, alles gut. Da ist er. Ich hab den nur gefinisht. Auf dem Balkon? Auf welchem Balkon? Auf dem Haus. Nee, oben aus dem Fenster. Der ist tot. Ja. Der hat direkt ein Handy gekriegt. Das ist doch der, der uns geschossen hat. Ja, lass uns oben bleiben, lass uns oben bleiben. Nicht unterlaufen. Ja, ja. Wann brauchst du denn? Ich brauch noch ein bisschen 5-5-6 da. Der kann ich dir geben. Ich hab doch immer noch 100-1. Ich hab noch 141 Schuss, ich brauch die nicht. Ja, lass mir ein bisschen geben. Alles gut. Ja, hier. Komm hoch. Okay, ich hab noch 72 Schuss. Runde Rüstung brauchte ich eh. Und ich bring dir 3-3-8 damit. Oh, das ist auch nett. Wirst du? Ja, nur gucken, da von rechts keiner kommt, ne? Weil die schießen nämlich da auch. Ja, ich geh nochmal hochgucken. Ja, warte, Brina, wir gehen zusammen. War nicht viel. Okay, dank dir. Warte, hier. Hast du jetzt 5-5-6? Ja, ich bin full. Okay. Ich muss einfach mal ne Panzer rein. Okay. Wir sind auf der anderen, auf dem anderen Hügel drüben. Ich kann mal wahren, dass wir hier noch auf der Baustelle sind. Ja, mit Sicherheit sind welche auf der Baustelle. Aber chillt mal jetzt. Naja. Da hab ich ja noch dabei zum Schmettern, ja. Ich hab ne Stungranate, das ist schlecht. Ich hab Molotow, 8 Stunden. Da unten am Baum. Bei 45. Das war bestimmt der letzte von vorhin. Klar, der hat ein Handy kassiert. Denkt daran, auch hinter uns aufpassen, ne? Nicht alle nach rechts gucken. Ach, wisch. Ja, ich hab nen Scharschatz. Ich guck eigentlich immer nach vorne. Das ist mein Problem, was ich hab. Ich hab noch 4er rein. Ne. Outlaw spiel ich nur noch mit 3er. 3er, Koschka mit 4er. Und Paladin mit nem Großen. Ne, ich war nen Großen. Das meinst du. Entschuldigung. Keiner Verhältnis zu ner Ameiser ist alles groß. Das stimmt. Dass ich keine Ameiser bin. Das sagst du. Hier kommt nen Lootow runter, glaub ich, rechts neben uns. An der Straße glaub ich, wenn man wo kann dat? Oder hab ich mich verguckt? Ich seh nix. Ich seh auch nix. Ich seh auch nix. Ich seh auch nix. Dann war da wieder nur so'n schwules Blatt. Ach, 8 Gegner. 6 Gegner. Kann ich zählen? Ach. Entschuldigung. Aber ich schwör, da unten ist ein Busch. Der sieht aus wie ein Spieler. Ja, das ist das Problem. So, was machen wir? Ich würd sagen, wir bleiben hier rechts, damit wir oben bleiben. Oder auf dem nächsten Hügel rechts. Ja. So halt nur gucken, dass da oben keiner rumrennt, ey. Oder hier unten vor allen Dingen. Da hinten ist der Loot Drop. 2332. Da hab ich ja doch richtig gesehen. Da oben sind... Oben auf dem Hügel. Hilf, hilf. Hi. Sehr schön. Ja, du hast den, glaub ich, down geschossen. Ich hab den direkt glatt gemacht. Ja, ja. Genau. Warte, warte, warte. Ja, oder wie... Ja, komm scheiß drauf. Ich lauf noch rechts außen rum. Boah! Aus'n Sprung, Alter! Ey, ich hab keinem lassen Schimmer. Der hat mir direkt gegeben. Okay, wir müssen jetzt da hoch. Äh, alles gut. Komm, teile die Schusswürfel. Ey, mach keinen Scheiß da oben. Da kommen auf jeden Fall noch welche. Zwei Schütter sind die letzten beiden. Die sind links von mir. Beide. Ja, wir sind oben. Die sind bei den Häusern gerade gewesen. Ja, hinterm Häusern sind die. Vorsicht, der vermied, der vermied. Ja, wir vermieden. Ich meine, der auch. Kommt, einer von euch könnte mich weilen. Das ist der letzte, der letzte. Der kommt. Dort. Ja. Nice. Ick. Sehr geile Runde. Ja.